Musik Musik Einen wunderschönen guten Abend Bei vier Mann für Ecken Heute wieder hier für euch vor dem Bildschirm Fabian, Moira und Ruven, den man wieder nicht im Bild sieht Wir spielen heute für euch Resident Evil 7 Biohazard Ich weiß gar nicht, warum der Zusatz Biohazard dazu ist Guck mal, da kommt er reingerollt Das ist der japanische Begriff, glaube ich, oder? Ja, ich weiß, aber deswegen ist er eigentlich doppelt gemoppelt Ja, eigentlich schon Biohazard, na gut, die Deutschen wieder Ähm Ja, wir waren ja gerade schon live drauf, wurden einfach gebannt Wir waren gebannt von Twitch Da war Twitch ganz schnell Unser jugendlicher Leichtsinn Genau, und wir fangen jetzt nochmal natürlich neu an Mit einem ganz neuen Spielstand Jetzt können wir auch auf Deutsch machen Wir haben eben gerade für die englischen Kollegen im Stream Äh, der ungefähr 20 Minuten ging Auf Englisch gestellt Aber wir machen es jetzt auf Deutsch wahrscheinlich wieder, oder? Ja, wollen wir nicht auf Englisch lassen Und Deutsch untertiteln? Ja, dann lass uns das so machen Ja, nicht, dass die Dudes uns nachher durchdrehen Also für die, die sich jetzt vielleicht fragen, weswegen wir gebannt wurden Heute ist Freitag, der 20. Und das Spiel erscheint offiziell erst am 24. nächste Woche Dienstag Und da hat Twitch gesagt, so Jungs, so nicht mit uns Und wir haben uns kurzerhand gebannt für 24 Stunden Vielen Dank dafür, liebe Twitch-Gemeinde Bei irgend so'n vollen Mongos Alle wahrscheinlich Ja Pop-Menü? Pop-Menü, ja Das Intro gerade, das ist dann in Japan Ja 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 Pop-Menü, ja 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 Also, wir gehen mal auf Checken Sprache, Englisch, Anzeige, Deutsch Und das ist Nein Das heißt nicht auf Deutsch Äh Wie gesagt, das entfreuen wir gerade schon mal so Ne, das Alles klar Und damit geht Fortweiler Wir gehen auf Normal Ich hoffe noch Ich fühle mich, weil er ist nicht der Residenz. Nein. Du musst ja nochmal irgendwas... ...und kommen mit meinem Lieblingsbein. Ich liebe dich. Ich muss zurück nach Hause. Ich liebe dich, Ethan. Ich liebe dich so viel. Ich schreibe mich so viele Besuchungen. Tschüss. Tschüss, Baby. Ethan... Du warst richtig. Ich lief zu dir. Ich sollte nicht... Alles, was ich sagen kann, ist, dass... ...wenn du das bekommst... Bleib weg! Ja, das ist... Hallo? Hey, es ist... Es ist Ethan. Oh, hey! Du bist okay? Du hast die letzte Nacht verloren. Ja. Ja, ich weiß, ich bin gut. Ich bin gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie ist alive. Sie ist zurück. Sie haben sie gefunden? Wie? Was passiert? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie. Aber sie ist zurück. Sie ist zurück. Wie? Wie? Dolby. Dolby, Louisiana. Mann, es ist drei Jahre alt. Ich weiß, ich weiß. Aber was, wenn es sie ist? Ich muss wissen, was passiert. Ja. Also fahren wir jetzt zu Papa raus, um... ... die Entgegen ihrer eigenen Aussage... ... und er hat gesagt... ... entgegen ihrer eigenen Aussage... ... Auto. Aber warum parkt der da? Okay. Ja gut, wir werden es erfahren. Wir wissen jetzt... ... wenn nichts mehr... ... als diese beiden... ... E-Mail... ... Sie... ... fahren jetzt... ... Sullway. This is the place. Sieh schon. Ja, sieht sehr einladend aus. Ja, stimmt. Das ist... ... Spielhinweise ansehen. Was, was hast du jetzt gedrückt? Ich hab Obst. Achso. Ah, okay. Mia finden. Na gut. Wir werden uns noch beschäftigen... ... erst mal... ... Mord machen. Wollen wir wetten, ob wir sie leben finden? Oder wird sie noch leben? Oder... Ja, sie wird noch leben. Aber ich hoffe, in das Spiel... ... damit er will. ... Wäre auch zu einfach... ... einfach... ... nur... ... klingelhaft. Wir kündigen uns an. Shit. Warum Shit? Wohin auch schön beleuchtet da, wa? Ich will, wenn wir da auf einer... ... aus dem Zettel gucken. ... ... gar nicht. Also nehmen wir doch wieder das Hintertürchen. Ah, Tatsache. Da kannst du ja ran. Was, was drückst du jetzt? Geht nicht weg. Ach, okay. Ein... ... Auto. ... 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